So, ich habe gestern schon ein bisschen geschlossen, ich bin in der Selle, das ist allein schon der Opitalzeit, in dem Ausland, den man gerade gesagt hat, ist ein Rutschwein. Vielen Dank. Das Modell fliegt und klingt wie das Original und das wird einfach Gänsehaut, was ich jetzt bekomme. Und los geht's! A10, Schwarzschwein! Das ist der vom Mikro-Rodell, der wir ausgebaut wurden. Sein Problem mit dem Kondierkontzug, also das Erwäge muss, ist 24,8 Kilogramm. Wenn die Maschine vollgekommen ist, ist es knapp unterhalb bis hin. Was man erwarten muss, um das Lichtungssteil noch zu machen. Weil das über 25 Kilogramm krass wie ein Ultraleicht-Flugzeug abgebrochen und zieht gelassen werden. A10, Schwarzschwein! A10, Schwarzschwein! Ich habe aber keinen Krissen von jemandem. Ich musste hier ein paar Gegenmaßnahmen begreifen. Keine W gar mit nach. Mach aus! Mach aus! Das stimmt! Ich habe es versprochen. Keine Angst, der weiß, was er guckt! Das ist nicht das Ding im Original, wir wollen ja auch zu uns nehmen, damit sie niemand erholt. Das ist nicht das Ding im Original, wir wollen ja auch zu uns nehmen. Sehr schön, ich habe hier auch Freitagabend auf der Arbeit für uns stehen. Ich bin jetzt nicht sicher wie viel Terrasina in Deutschland, aber in der Regel so für 10 bis 12 Minuten reicht ja Freitstoff für so ein Modellflugzeug. Ich bin jetzt nicht sicher. 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 in der Regel beginnt man dann mit dem Gegenanzug und dann mit dem Gegenanzug und dann mit dem Gegenanzug Die Erzähne ist, ich kann jetzt nicht einfach selber das wissen. Also, der Junge zeigt jetzt was, was ich jetzt gerade anfange. Die Erzähne hat riesengroße Landgeklappen, kann super langsam. Und der Rob zeigt jetzt ein Landemanöver, wie es die Route möglich macht. Er ist jetzt auf einer unengreifbaren Höhe, weil er am Flug kann. Er wird dann die Landeklappen rausfahren. Und wird, es heißt mittlerweile Sarajevo-Landung, wo es jetzt ganz senkrecht runterkommt, wird jetzt eine Landung machen mit einem speziellen Verfahren. Kann man sich ehrlich, ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, dass das klappt, aber er probiert es. Das sieht super aus. Unglaublich. Und jetzt dürfen Sie applaudieren, dass die Landung das ist. Das ist so geil. Also, ich habe einen großen Gelandet. Das ist so geil. Das ist so geil. So, ich habe mich noch gemeldet. Das ist so geil. đang mal das mal von der Sitzkrieg. Da, mach mal! Da, mach mal. Das ist so geil. Mann, du sollst schon, wie ich jetzt mal da. Also, du sollst dich mal da. Das ist jetzt heute. Ja, hier waren wir uns auch im Platz und da. Gibt es bitte noch hier vorne am Achtung aufstehen, bis der Jörg Bezeihmutter entdeutscht ist. So, also gehen wir alle Kinder zu uns nach vorne. Vielleicht bitte noch auf den Achtung auf.